ARD Text im Auftrag von Funk Sehr cool für dich Mir sind mir leider ein paar zu viele Leute Hab gehört einer der Häuptlinge hat wegen der Hexerei des Tarks völlig den Verstand verloren Da war doch ein Geräusch Lass mich nicht fressen Frag die Bier auf Flute Auf geht's Auf geht's Fähigkeitspunkte erhalten. Also die hören uns auch, okay. Warte, was war da schon da eben über Enter, ne? Fähigkeitspunkte. Ah, okay. Ah, das ist so ein Fähigkeitsstrang. Ah, das habe ich schon. Oh, gut, das ist ja cool. Für einen Kragor sitzen zu bleiben. Okay. Stimme erinnern genau ab. Letze drücken, wenn du dich beim Hirn des Schwindens. Okay. Ausstellt mein Löwe aus der Luft. Also gerne stellen wir rückwärts und werden betäubt. Das ist nicht um FN. Oh, ne, mit Aus. Äh, Letters, ja. Genau. Ich wollte nochmal ganz kurz den Optionen mal... Ah, wohl, ne. Ähm, wir machen weiter. Seht ihr diese Sklaven? Sie dachten, sie könnten fliehen und nun werden sie am Pranger sterben. Habe ich da gerade etwas gehört? Hier soll auch euer Schicksal sein. Ich werde dein Blut trinken. Menschenabschau. Eine Schande, dass ich dich töten muss. Du wärst ein guter Sklave. Ich kann ihn nicht mehr tun. Ich kann ihn nicht mehr tun. ich kann ihn nicht mehr tun. Komm schon! Was ist das denn hier? Achso, ich krieg... Ah lol Wo sind denn da einfach aus? Klar Ähm, du kannst eine Waffe mit Ruden auf... Eine Waffe mit 1,2 Rostowunen... Alles klar Also Was haben wir hier? Schleichttötung Ah, die ist schon drauf, oder was? Okay Immun gegen Gift Oh 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 ob ich sehr erhöht den schaden von kopftreffern die fußdürfen ich bin wacht die damit das glaube ich das geil und das schwert aus kann das schon von 20 das sondern das kritische treffer mit einem schwertgegner anzünden ok kampf durch fliegen hauptmeer bonusschaden zu gewertzug auf die legendäre waffen fähigkeit von uhr fest sturm ok chance gegen nein das ist scheiße alter die letzte chance und sie ja nicht das ist geil aus dem das ok cool Du bist also vor zehn Jahren nicht gestorben. Du bist wohl kaum hier, um mich für Hochverrat zu verhaften. Hauptmann. Wir sind die letzten Überbleibsel der Garnisoren, Hirgon. Warum bist du dann hier? Ich suche einen Sklaven, der die schwarze Hand Saurons bekämpft hat. Du meinst wohl vor ihm davongerannt. Du kennst diesen Mann? Oh ja. Du stehst vor ihm. Wo sind die Diener des dunklen Herrschers? Weißt du es überhaupt? Vielleicht. Wir haben keine Zeit für Geheimnisse. Ich sitze seit Wochen hier fest. Ruhig Blut. Komm mit mir in unser Lager. Und ich frage meine Späher. Ich werde da sein. Kolum. Es ist bloß ein Ork. Nein. Es ist jemand, der gesehen werden will. Wir sollten vorsichtig sein. Oh nice. Geil XP. Fähigkeitspunkte erhalten. Der Foto muss sitzen. Ach komm scheiß drauf. Fähigkeitspunkte erhalten. Dann erst mal wieder irgendwelche Fähigkeiten. Okay. Danke dafür. Ich wollte jetzt eigentlich nur meine Fähigkeiten hier. Kann man... Ich dachte man kann das mit... Ich war vom Fall. Ja ja genau. So wir haben einen Fähigkeitspunkt wieder. Ähm... Explodieren lassen. Von oben. Aufprall. Oh scheiße. Ich schalte mir nur aus der Luft. Machen wir erst mal das hier. Ein bisschen Movement ist immer gut. Sehr schön. Umzingelt als der Grabwandlerangriff. Aber ich habe nur ein paar angesengte Boosten bekommen. Ähm... Wo sind denn wir jetzt gerade? Wir sind da. Was ist das? Machen wir erst mal das da. Wir machen jetzt... Erst mal... Gollum. Was will den Gollum mit mir? Nicht zu glauben, dass wir uns den ganzen Tag lang in dieser grauenvollen Hitze stehen lassen. Naja, jetzt suchst du dir und finde noch was über dich weiß. Gerne. Was glaubst du, wer sich dort in den Schatten verkehrt? Und eine große Macht hat ihn für sich eingenommen. Das spüre ich. Ob er uns Antworten liefern kann? Für uns beide. Dann sollten wir ihn finden. Das sollte nicht sonderlich schwer sein. Wie das aussehen muss, wenn wir in der anderen hier zugucken, wie er die ganze Zeit mit nichts redet. Diese Spuren scheinen weder Mensch noch Biest zu gehören. Umso mehr Grund, ihnen zu folgen. Stirb warm! Sieh dich vor. Diese Kreatur führt uns noch in den Untergang. Der Tag! Da! Töten! Vergebt euch hinter dir! Ich dachte, wir werden in der Geisterwelt, ja. Schade. Schade. Nicht einmal Ausgestoßene verdienen, sollte ich ein Schicksal. Der Mensch scheint ein ums andere Mal in Gefangenschaft zu enden. Wie war nochmal Geisterwelt? Geisterwelt-V, ne? Naja. Scheint, dieses Geschöpf ist am Klettern geübt. Demo-Sklaven sind ihm schließlich noch entkommen. Ich hätte sie schon nach dem ersten Versuch aufhängen lassen. Schneidet ihnen die Beine ab. Die brauchen sie nicht, um zu graben. Aber ich find's echt geil. Das weiß mehr von mir, als ich von mir selbst weiß. Wie soll solch ein Wesen etwas von Geistern wissen? Es besteht eine Verbindung zwischen uns. Ich fühle es. Ich muss sagen, ich find's echt geil, dass man in so einer fetten Geisterwelt rumlaufen kann. Das macht echt Spaß. Mauern sind ihm kein Hindernis. Was soll das werden, wenn wir fertig sind? Putz niemals, den dunklen Herrscher! Was? Habt ihr das gehört? Oder die Orks machen das Loch zu deinem Graben. Jemand hat ihn getötet! Deine Kreatur wandelt auf gefährlichen Faden. Okay. Unsere Vorräte werden knapp. Das muss diese miese kleine Ratte sein. Sieht aus wie ein ausgehungerter Frosch. Widerliches Biest. Wahrscheinlich ungenießbar. Schnappt es und werft es ins Feuer. Ah, die suchen auch nach. Mal ein bisschen was fressen erst mal. So. Ihr geht da lang, dann gehe ich hier lang. Sehr schön. Die Spuren des Geschöpfes führen in die Höhle eines Karagor. Dort. Es läuft davon. Ja, ja. Okay, wir haben ihn. Boah, das läuft gar nicht. Wenn jemand in der Geisterwelt ist, ist es ein bisschen dunkel. Aber da können wir jetzt nicht hoch irgendwie, ne? Sehr schön. Ja, wir müssen ihn. Ja, wir müssen ihn. Hä, bin ich komplett dumm? Das geht ja angeblich noch irgendwo weiter. Oh, ich habe, glaube ich, gerade ein Viech. Okay. Dann komme ich auch nirgendwo hoch. Oh, ich habe, glaube ich. Wow. 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 Was für ein Arzauber ist das? Ein Verlorensabschlück, Talion. Du erinnerst dich? An einige Feindsstippel. Ja. Ich wünschte dich, dass du sie vergisst. Deine Familie war es in dieser Schmerz, der uns verbindet. Elende Kreatur, was willst du von mir? Hallo. So. So. Es läuft davon. Dann mal schnell hinterher. Hier. Dann haben wir nochmal ein paar Elben geschossen mit. Auch ficken. Jäger soll schnell getötet werden. Oh noo. Letzow, mann auf dem Oss. Ah, wo ist ein Kuck? Du klapst! Oh man!